und damit herzlich willkommen bei den stadtwerken simulatoren wir müssen uns hier um das abwasser kümmern oder auch nicht ja ich wette wir kommen da noch es könnte so ein bisserl posterior sein auf jeden fall wird da nichts gutes drin passieren erst mal da lang ja oder auch nicht hier passiert nix gutes stimmt hat eine 6 drauf oder hinten gut ist so alles klar das ist auch wieder so ein explosiv so wartung wartung momentar voll ist klar ich würde sagen wir schauen mal hier rein jetzt auch noch mal rein ja jemand zu hause nö nice ja weiß ich dachte ich probiere es mal ok ich hatte nicht ganz so unrecht shoot the tentacles ok ja schieß ja genau so feiglich sind eine warnung tatsächlich kurz davor ist eine stärkere bla 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 ok ok und unbedingt dann stampfen wenn ich sonst wieder aufstehen mach mal gut i guess ich habe euch gesucht und dann kommt es von mir ab hör zu wenn du das hören kannst schieß doch nicht den tagel oder schlag sie ab es ist der einzige weg sonst werden sie nur größer stärker ähm ich glaube von da nee ist woanders oder also da sind wir rein ich möchte da mal reingehen so ja war ja klar alles voll beziehungsweise wir sollten bei der upgrade station mal schauen ob man das inventar upgraden können ich glaube das mache ich mal ganz kurz da hat es ja auch noch gut ist volles leben voll naja so lassen wir mal gucken das ist nur für grip ja das bringt mir nichts gesundheit revolver munition da haben wir noch nichts 533 blockbrecher bitte verantwortungsvoll ja ok was haben wir hier stabilität magazin größe upgraden oder das mache geld 900 für mehr schaden ja gut ich glaube da tue ich mal ein bisschen sparen drauf schaden plus bei nahkampf glaube ich ist eine gute idee oh viel schuss durchladen hey servus wie geht's denn so so kommt ich dampf scheiße so dampf machen wir bei dir auch nochmal so passt ok dann haben wir die sorgen starten wir mal die hausparty säuberung gestartet so wie das hätten das in den tank was drin ist säuberungsprozess läuft erst jetzt gut komm her komm her hey ich glaube was ist herkommen so noch mehr ah ja von da hinten da hinten hat sie ja nochmal munition nehme ich gerade mal mit gesundheit Säuberung abgeschlossen Zugangsluke geöffnet gut Leitersteuerung bitte aktivieren wieso machst du das nicht automatisch ja und jetzt achso oh das wird bestimmt super der hat bestimmt hier reinkommen einfach nicht auf nee sonst wird's ja keinen Spaß machen ja gut dann gehe ich eben hier lang irgendwie würde es immer geil finden wenn die Taschenhambit dauerhaft sowieso nach vorne leuchten würde drucktests abgeschlossen torventil wird geöffnet torventil wird geöffnet torventil wird geöffnet ich habe hier auch mal ein Problem nein 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 ich habe hier auch mal ein bisschen schneller voran ok er platziert denn die so scheiße oh wow oh 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 this walk Ähm. Okay. Oh, scheiße. Alter, ich habe einfach mehr Glück. Das ist mit Talent. Aua. Ich sehe nichts. Oh, okay. Achtung jetzt. Nein, 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 nein! Oh. Ich würde sagen, dein Tag ist echt scheiße momentan. Aber das war eine geile Einlage. Okay. 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 Das glaub ich dir. Auf Chippertweißer nur ein Stern. Personal ist sehr unfreundlich. Okay. Ich glaub, hier gibt's nicht so viel Goodies. Oh. Muss ich mich raten, Gesundheit. Ja. Goodies. Nice. Zugangshalle haben wir hier drüben. Haben wir hier noch was? Nö. Geh nicht ins Licht. Oh. Halla. Oh. 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 Alla. Okay, mach's das. Dankeschön. Was mehr? So, stampfen. Dankeschön. Ja, ist klar. Danke. Hallo? Hallo? Okay. Wartung ist zu. Okay, ich mein dich runter. Und auch. Nice. Wann ich für uns upgrade? Blö. Geil, 47. Moment. Okay. Okay. Logger. Nice. Zu. Machen wir da so einen Kollegen. Nice. Was? Na, jetzt sind wir dir wieder. Ja, natürlich. Ja. Das. Das sieht nicht sehr einladend aus. Okay. Ich weiß ja nicht. Es sieht noch etwas großem aus, als ich hier durch wollte. Da geht es runter. Ja, okay. Spielsacht weiter nach unten. Mhh, lecker. Sehr nett hier. Äh, sind das normale? Okay, hier hätte ich gar nicht hingemusst. Aber immerhin. Loot. Greift mich diesmal was an, wenn ich da jetzt rübergehe? Geh doch. Oh. Du, wie es noch rauf geht, oder? Nur zur Vorsicht. Oh, hier ist der. Oh, ach. Ah, du sch... Es ist arschig. Komm, Stampf. Stampf, 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 Stampf. Dankeschön. Scheiß, Dinger. Äh... Oh, 64. Nois. Nois. Erstmal hier hinten gucken. Hä? Was? Was? Du hast einmal in den Kreis gelaufen. Okay. Ah, so, not the way to go. Doch, da runter. Die Kuppel. Das sieht wirklich geil aus. Ja. Ja, doch. Ja. Das... Können wir da nicht einfach so drüber springen? Und dann gehen wir hier so auf der Seite entlang, da rüber. Dann runter. Sauerstoffverarbeitung. Echt? Wo denn? Wir sehen die Bahnstation auf der anderen Seite. Wir treffen uns dort. Nicht so schnell. Siehst du das Gebäude? Sauerstoffverarbeitung? Da drin ist eine Sicherheitsstation. Du musst da rein und die Abriegelung der Kuppel aufheben. Vorher kann ich die Bahn nicht reinfahren. Ich dachte schon, dass da noch was kommt. Ja. Ganz ruhig, Kumpel. Vertrau einfach dem Plan, ja? Und leg los. Wir müssen dem Sturm zuvorkommen. Nope. 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 Oh, no. Oh, scheiße. Da oben ist geschlossen. Shit. Ja, das war jetzt mal easy. Ja, geil. Ja, geil. Mach die Tür auf, Feitling. Ich brauch den Code. Super. Dankeschön. Also, wie schauen wir denn aus, bezüglich Credits. Oh, geil. Schaden plus 900. Bitte, danke. Dankeschön. Qualitätsprüfung bestätigt. Dankeschön. Äh, verkaufen. Oh ja. Ich verkaufen. 207. Ja, das war's. Was ist das? Ach so, das sind Pflanzen drin. Komm, irgendwas aus dem Hebel. Nice. Kommt noch mehr. Nee, es war jetzt nicht wie gebraucht. Nice. So, was schaut's bei euch mit dem Loot aus? 107. Okay. Ja, da sag ich nicht nein. Nice. Ja, langsam hab ich eine Dreh raus da. So. Ja? Na, toll. Ja, komm her. Äh. Das ist ein bisschen unfair. Da hinten. Komm her. Nicht abbauen hier. Boah, ich hab mir da einen Fokus verloren. Mann. Boah, das mit dem Herziehen, das funktioniert wirklich gut. Nice. Boah, ich hab mir da einen Fokus verloren. Ich hab mir da einen Fokus verloren. Ähm. Es ist jetzt ein bisschen suboptimal. Oh, sind jetzt überall so Eier. Nice. Cool ist. Was für eine Scheiße passiert, wenn ich jetzt das hier mache. Da kommt sie her. Singt sie sich. Was ist das? Okay. Okay. So, ich würde sagen, wir gehen mal hier nach oben. Oh, ich komme hier gar nicht rauf. Oh. Jetzt auch hier rauf? Ja, wunderbar. Ich würde es mal reizen, die Musik auszumachen im Spiel. Einfach nur zu schauen, bis es dann so ist. Ja, moinsen. Lass mich raten. Ich müsste noch auf die andere Seite gehen. Toll. Der Wartungsraum auf der anderen Seite hat Zugang zur unteren Ebene. Vielleicht kommst du von dort auf den Steg. Gut. Beeil dich. Der Sturm wird schlimmer. Ja, weil... Warum sollte ich auch da direkt zum Bahnhof gehen können? Ja, da ist der Roboter. Was war das jetzt? Oh, Technikrauben. Oh. Oh, diese Scheißvieh. Okay. Tschüss. Alter. Nein. Scheiße. Scheißvieh hier. Also, wie komme ich denn da drüber? Mehr. Ah, Mann. Kannst du mal laufen, bitte? Mann. Was regt mich auf? So, was haben wir hier hinten drin? Ähm. Mal schauen, was wir hier hinten haben. So geht's runter auf jeden Fall. Okay. Das heißt, wir schauen erstmal hier weiter. Noi's. Ah, ich meine. Und da. Oh man Das gibt's nicht. Jetzt bin ich doch echt draufgekommen wieder. Ich muss auf unseren Spuckkollegen ein bisschen mehr raufgehen. Dann sind wir wieder hier. Okay, freuen wir uns nochmal. Gut. Ich glaube, ich werde jetzt gerade mal auf die Offensiv. Ja. 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 So, komm her, Kollege. Ja. Das war jetzt wesentlich besser. Oh, ich will mal hoffen, das hat sich gelohnt. Oh. Ja. Ich wakuumiere den Zielbelisten aus der Kuppel. Aufstehen der Lade. Aufstehen der Lade. Aufstehen der Lade. Aufstehen der Lade. Ja. Hör zu. Ich nehme die nächste Bahn. Ich bin direkt hinter dir. Muss nur noch. Ich muss mal ganz kurz unterbrechen. Ich bin gleich wieder da. So. Da bin ich schon wieder. Ja, also. Hat jetzt nicht sehr viel gebracht da hinten. Gib mir nicht mal was. Es sieht. Hm. Naja, okay. Einen U. Ach. Was soll's. Ähm. Warte mal. Das ist ein Bauplan. Und jetzt. Oh. Ähm. Ach so. Ist das aufteilt. Weißt du was? Wir nutzen das einmal. Auch wenn es eine Verschwendung ist. Ja. Glittenbauplan. Dann. Braucht man nur noch einen 3D-Drucker. Hm. Hm. Okay. Ja. Gut. Ich würde sagen. Wir machen an der Stelle erstmal Pause. Dann in der nächsten Episode weiter. Bis es da vorne weiter geht. Aber ich vermute mal. Wir werden wieder auf ganz tolles Personal hier treffen. und ehemalige Insassen, die uns da problemlos zum Bahnhof gehen lassen werden. Eine Prophezeiung. Bis dahin. Ich bitte Spaß. Macht's gut. Ja. Liebe Leute. Das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Es gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis dann. Euer Brabura. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.